So, meine lieben Freunde, man hat in der letzten Folge noch gesehen, ich hab den Motor ausgeschalten, damit ja kein Radio oder so an ist und ihr ja nichts verpasst. So, wir fahren jetzt nochmal irgendwo hin. Äh, was heißt irgendwo hin? Wir müssen nämlich hier zur Kampagne, die weitergeht. Und zwar die Weitsicht. Wir machen dann natürlich auch andere Sachen als die Kampagne. Danke, dass ich umdrehen darf. Äh, aber zuerst möchte ich mal ein bisschen nach vorne kommen. Sag mal, ist das ein geilerer Wagen als der? Ja, auf jeden Fall. Bleib doch mal stehen. Danke, zack. Tut mir leid. Aber, der ist cool. Steigst du aussteigen, verdammt nochmal. Ich wollte gerade höflich fragen, weißt du? Ich hab höflich extra noch gefragt, so, hey, steigst du aus? Aber nein, er steigt nicht aus. Ich hab grün. Wuh! Gut, ich wollte den Wagen eigentlich nicht kaputt fahren, aber das, äh, ja, ging nicht anders, Leute. Oh Gott! Das, äh, ging auch nicht anders. Das, äh, war so rutschig heute. Obwohl es nicht geregnet hat, Leute. So, warte, langsamer, langsamer. Ich mein, wenn ich normal fahren würde, so mit den normalen, äh, Zonen, ne? Mit der normalen Geschwindigkeit, dann wäre das alles kein Problem. So, geh mal aus dem Weg da. Oh, hab ich gerade Geld bekommen? Ich könnte schwören, ich hab gerade Geld gehört. Okay, ich schlage mal aus. Guten Tag, Freunde. Äh, muss ich da rein, oder? Wie ist das? Oh, das ist ein Waffenshop. Hi, Freunde. Was kann ich für Sie tun? Ja, was, äh, können Sie für mich tun? Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. Was kaufe ich mir denn jetzt? Hm. Ich glaube, ich kaufe mir um einen Dollar Pistolenkugeln. Ja! Kauf die dir mal. Oh, ich hab voll. Sehr schön. Ähm, die habe ich bereits. Die müsste ich mir kaufen. Äh, die ist aber cool. Die mag ich. Äh, ich glaube, die kaufe ich mir. Jo, komm, die kann ich mir kaufen. Aus Österreich. Ja, das ist toll. Nehme ich gleich. So. Gut, gut. Dann, äh, wie gehe ich nochmal zurück? Ach, da, da gehe ich nach oben. Brauche ich noch eine MP, ne? Würde ich sagen. Hm. Ja, komm. Ich nehme die um 800 Dollar. Ich habe natürlich auch die 400 Dollar kaufen können, aber hey, ich bin doch viel besser hier mit der. So Scharfschützengewege. Oh, geile Scheiße. Ho, ho. Was zur Hölle? Es geht besser? Was zur Hölle? Oh ja, eine M107. Gut, die kaufe ich mir natürlich irgendwann mal. Da muss ich noch ein paar, ihr wisst ja, ein paar Leute hacken für das. Aber das ist egal. Gut, das war es auch schon. Dankeschön fürs Einkaufen. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CityOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivisten-Gruppe DeadSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CityOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die sie Bezug nehmen, Militär... Ups, ich wollte eigentlich nicht pausieren, deswegen war ich auch gerade ruhig. Aber vielleicht geht's ja weiter. So, komm, dann machen wir jetzt mal den fixer Auftrag und danach die Kampagne weiter. Will mal wissen, was das ist. Ich hab keine Ahnung. So, das heißt, wir holen uns mal den fixer hier. Uh, aua! Tut mir leid, hab ich dich jetzt gerade totgefahren? Ich hoffe nicht. Der ist 1300 Meter weg. Ist ja schon eine etwas längere Fahrt. So, dann ab auf die Autobahn. Guten Tag. Ich muss hier nach links, zeigt mir gerade die Map an, danke. Wisst ihr, ich fahr einfach wie die anderen mit dem Navi und will eigentlich zum Hauptbahnhof und fahr aber nach Dänemark oder so. Komm, lass mich vorbei. Falls ihr mir das in der Zeitung gelesen habt, kann das mir ja auch mal schreiben hier in den Kommentaren. in den Kommentaren. Oh, ich hatte links müssen, oder? Oh Gott! Ich kann nicht fahren, Leute. So. Oh mein Gott, haltet mich von den Straßen entfernen, so Okay, jetzt aber, nach links Ich stell mich an hier, was ist da falsch mit mir denn Okay, jetzt ist's Und jetzt DRIFTIING Yes Danke für die Hilfe Leute Ohne euch hätte ich's nicht geschafft Eigentlich schon, aber Ehre, wem Ehre gebührt würde ich mal sagen so stoppen da ist ein fixer auftrag ja komm dann fahren wir da mal rein danke ich weiß nicht wie die hupe funktioniert ob es überhaupt eine hupe gibt ist die frage so moment da war jemand der reich war oder 27.000 36.000 auch mal fixer auftrag starten dann zeigen mal was das ist ich suche einen aufgegebenen fluchtwagen die cops werden auch danach ich sollte schleichwege und seitenstraßen benutzen okay darüber muss ich und ich soll seitenstraßen verwenden gut dann mache ich das mal schnell ich werde einfach durchlaufen hier das ist der wagen ja leute da ist mir meine aufnahme abgeschmiert ihr habt aber nichts verpasst also ich habe am linken bildschirm gesehen dass die aufnahme nicht mehr los ging und sie hat bis hierhin aufgenommen also bis bevor ich hier in das auto gestiegen bin deswegen steige ich hier noch mal ins auto und versuche den cops zu entkommen was ich bei der way beim letzten mal nicht mal mehr versucht habe weil ich bemerkt habe dass die aufnahme gefehlt ist das bedeutet geht mal hier weg das ist ein guter autofahrer ich bin aber besser oh mein gott ich fahre unter ein auto durch ich hab dir das gerade gesehen das war super das war besser als alles andere warum soll ich denn anhalten was haben sie denn gegen mich okay der wagen wird gesucht ich verstehe weniger gegen die wand fahren mehr geradeaus fahren danke so warte rechts an dem auto vorbei das war super rechts an dem auto vorbei das war noch besser wieder rechts daran vorbei alter ich bin doch super im autofahren gerade warum rege ich mich dann die ganze zeit auf ja klar also ich verstecke mich gerade wirklich in dem parkhaus durch erfolgreich erledigt wie jetzt was ist ein ctos scan nein jetzt muss ich noch mal entkommen dass mich durch dass mich durch dass mich durch 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 also wie entkomme ich wir entkomme ich so äh so vielleicht okay jetzt muss ich hier nach links fahren geh mal weg da ja langsam fahren langsam gut jetzt fahr ich hier geradeaus weiter zwar als geisterfahrer aber ich fahr geradeaus weiter umdrehen 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 die limousine ist super die hole ich mir später die hole ich mir später die schaut gut aus bin ich innen los innen losgeworden bin ich sie losgeworden nein bin ich nicht bin ich nicht bin ich nicht dass mich hier raus dass mich hier raus denn das war schön oh nein der kreis wird immer größer die nachbereichsvernetzung keine ahnung was die meinen damit kann ich ihnen nicht endlich entkommen sein bitte ja ich bin weg so ok 1300 meter wir sollten jetzt normal fahren sonst werden wir noch irgendwie entdeckt oder so aber ich meine mit dem wagen so schön wie der wagen aussieht werden wir sowieso entdeckt wir gehen mal aus dem weg hier gut dann fahren wir mal hier die brücke wieder rüber echt schöner wagen wird echt schnell und sieht natürlich auch jetzt noch wunderbar aus auch mit seinen schrammen die er jetzt hat oh gott das musste sein leute das musste sein moment muss ich hier abbiegen nein jetzt muss ich abbiegen ich glaube zumindest nicht hätte abbiegen müssen davor egal ich kann jetzt noch mal abbiegen und irgendwo reinfahren so hey freunde ich habe den wagen gebracht zwar kaputt aber ich habe ihn gebracht 4 minuten 18 auch nicht schlecht 2000 dollar ja bestenlisten anzeigen kannst du mal mal zeigen mhm ich verstehe 38 sekunden egal passt es ist in ordnung ich war der beste so fortschrittsbelohnung ich habe wieder ein fortschrittsbelohnungsgedöns was ist das gut ausbalanzierter importwagen der bei jungen leuten sehr beliebt ist ne ne den brauche ich nicht ich äh bin alt ähm ach ja menschenhandel natürlich wir machen sklavenhandel freunde aha cooler wagen gute waffe nicht mein stil auch nicht mein stil ähm ich hätte eher den wagen hier aber kann ich mir nicht leisten ich habe doch habe ich über punkte warum zeigt er mir immer an ich muss da drauf drücken ich weiß es nicht ich bin mir nicht sicher songs audiologs online beschattung hütchen spiel akt akt 1 yay ausloggen ok interessant akt 3 akt 4 mhm es gibt 4 akte oder was 5 einen gibt es noch cool dann ja komm das lassen wir ok gut äh dann ja den wagen lassen wir der ist äh nicht mehr zu gebrauchen aber trotzdem haben wir es geschafft ja also trotzdem haben wir es gut gemacht und es regnet mal auch nicht schlecht toll toll da haben wir kameras ja das ist aber jetzt ganz egal wir gehen vor zur hauptmission ich setze mir mal ein waypoint hier bin ich toll die ist recht weit weg die kampagne 1600 meter ich glaube da komme ich schneller mit der bahn hin ich bin mir da nicht so sicher aber ich meine zuerst mal den wagen hier stopp halt halt ey freundchen ich weiß der wagen war teuer aber jetzt gehört er mir dann halt so da ist vorhin gerade gestanden man soll ja oh schon wieder jetzt steigt doch wieder ein jetzt kann ich wieder den radio stoppen stoppst du ja nicht den radio danke ja da ist vorhin gerade gestanden ich soll mal aus dem weg hier danke vorhin stand man soll auf ihm zielen oder so und dann würde das schon reichen tut es aber leider wie man gesehen hat nicht vielleicht war ich auch einfach nur zu weit weg oder ich war irgendwie zu doof aber bisher nicht wirklich so wir fahren hier jetzt geradeaus weiter ähm und fahren dann hier so Moment wir machen kurz ein drifting bäm das war gut das war toll und wisst ihr jedes mal wenn ich ein Auto kaputt fahre höre ich irgendwie das Geld klirren ich weiß nicht wieso dabei sind das nur die Scheiben die gerade die ganze Zeit zerspringen was hätte ich mit dem wagen gerade tun können ich weiß es nicht ja ja fahr rüber kein Problem ich lass dich hier rüber ich bin ja ein ein gerechter Bürger Leute ähm wir haben grün danke sehr nett von euch alter Moment Moment dafür dass du das jetzt gerade getan hast ne Aua und du fährst mir auch noch rein ist das denn dein Ernst raus mit dir wie dein Auto los geh weg los verschwinde ja schneller ich will nicht sterben fang an zu heulen der Wagen ist cool noch einer geradeaus ja hinter mir ist nichts perfekt wir haben grün fahrt los bitte danke oh so hatte ich es mir nicht vorgestellt so was haben wir hier ich muss hier rein okay ich will wissen wer hinter dem Anruf steckt hüt 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 lass mich durch danke 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 worden hier